Mein Name ist Carola Krug, ich komme hier aus Kassel und ich bin seit 30 Jahren hier als Gärtnerin. Was ich besonders finde, ist die Vielfältigkeit, diese vielen unterschiedlichen Sichtachsen, die kleinen Architekturen, das Schloss. Oben ist der Herkules, es sind die Wege, sowas entdeckt man überall im Bergpark. Klimatechnisch ist die Bewässerung ein großes Thema, also von den Neupflanzungen, die dem historischen Park angeglichen werden sollen. Da gibt es das Park Pflegeberg, wo alles drin festgehalten wurde, was in der Vergangenheit hier gestanden hat, von vor Hunderten von Jahren. Und danach wird sich gerichtet, wenn Bäume sterben oder wenn neu gepflanzt wird. Ich empfehle den Menschen, bestes Schuhwerk, Fotoapparat, Handy aus und im Hier und Jetzt innezuhalten.